Nun, Vitamine, schön und gut, aber ich glaube, bei so einem Duell mit so viel Schärfe, da braucht man was anderes zu essen. Deshalb gucken wir jetzt mal, wie die deutsche Mannschaft sich sterben. Nämlich Currywurst, eines der deutschesten Gerichte überhaupt. Darum habe ich auch extra mein Trikot schon angezogen. Und wir sind von Dortmund nach Bochum gefahren, denn wenn schon Currywurst, dann dahin, wo es auch die beste Currywurst gibt. Kerstin, hallo. Sascha? Ja, wir sind ja heute hier, um zu gucken, wie so eine richtig gute Currywurst gemacht wird. Was ist denn das Geheimnis, warum hilft das unserer Mannschaft auf dem Spielfeld? Es stärkt sie, es macht sie kräftig, dann gewinnen sie auch. Sicher? Klar. Damit schaffen unsere Jungs das, oder? Aber wir können ja noch ein bisschen Power dazu geben, ne? Ein bisschen Power. Dann haben wir noch ein bisschen Power drauf und dann klappt das heute Abend auf jeden Fall. Dann klappt es heute Abend auf jeden Fall. Okay, dein Wort in Gottes Wort. Also da ist richtig viel Blutze, da ist richtig viel Power drin. Ich glaube, wenn unsere Jungs das heute voll im Spiel essen, dann haben die Italiener mit ihrer Pizza überhaupt keine Chance. Ich glaube, wir wollen in der Saal hinter.